ja hallo und willkommen hier zur 21 folge supremacy 1940 mit kalabrien auf der 500er karte wir haben tag nummer 35 und wir stehen auf platz 3 mit 160 siegpunkten ja wir werden aber momentan immer weiter abgeschnitten wir sind jetzt mittlerweile schon fast 70 provinzen hinter west ägypten also schon ordentlich der wird uns bald auf jeden fall sehr stark abhängen da fehlt nicht mehr viel hat die haben jetzt auch fast komplett südafrika oder komplett afrika vereint da fehlt nicht mehr viel und so nur noch ein paar einzelne provinzen die werden aber dann auch demnächst bald fallen das ist denke ich mal auch nur noch eine frage der zeit bis sich da die feinde verabschieden aber jetzt gibt es die großen pläne und ihr seht es hier unsere große armee ist nicht mehr land wir haben sie jetzt eingeschifft und sie ist seit heute morgen seit circa 1-2 stunden unterwegs wird jetzt in drei tagen oder fast vier tagen hier auf hamilton ankommen und wird dann hier den ersten vorposten errichten mein plan ist es auch ich sag mal hier kurz vorher anzeiten ich sage ungefähr so in der region hier eine kleinere armee abzuspalten und damit hamilton einzunehmen es geht einfach darum dass sie noch nicht wissen was wir hier wirklich haben welche armee stärke hier kommt wenn wir jetzt hier mit der kompletten armee antanz und die hier nur ein fesselballon oder so haben dann sehen sie ja sofort was kommt können sich darauf vorbereiten das würde ich gerne vermeiden aus diesem grund werden wir das nicht machen genau den gleichen plan verfolge ich auch so ein bisschen event hier noch in kuba also ich habe immer noch die überlegung florida einfach zu umgehen nach hier unten zu gehen und dann nach kuba zu marschieren und erstmal kuba hier unten einzunehmen auch das wäre theoretisch eine option die ich gar nicht mal so schlecht finden würde weil dann hätten wir hier einen kleinen vorposten kuba nicht stark bewacht wir können mal hier gucken was hier steht drei schlachtschiffe 400.000 mann das sollte ohne probleme machbar sein ich würde dann sage ich mal ungefähr in dem bereich die große flotte stehen lassen und mit einem etwas kleineren armee hier dann kuba einnehmen und durch kuba durchmarschieren und dann auf yukatan gehen ich denke auch das wäre gar nicht mal so eine doofe idee weil dann könnten wir ungefähr hier durch den golf von mexiko gehen und dann in dem bereich hier ungefähr landen yukatan auf jeden fall ein schwerer gegner sehr stark auch mittlerweile sehr viel schweres gerät und das was mir bei yukatan am meisten sorgen macht ist die sehr starke luftwaffe die hier oben steht mit 16 bombern weil die hatten auf jeden fall noch mehr also ich hatte hier noch mehr flugzeuge gesehen dann sind hier auch noch mal ein paar bomber das sind wir schon bei 18 bombern und hier unten genau hier steht die große luftwaffe mit 14 bombern also ungefähr 30 bomber das ist auf jeden fall eine starke luftwaffe da muss man erst mal gegen ankommen 32 bomber 26 jagdflugzeuge wir sind da luftwaffentechnisch auf jeden fall noch weit unterlegen können mal gucken wir haben jetzt zehn jäger und sechs bomber ich bin jetzt natürlich auch dabei jagd oder jäger technisch aufzurüsten dass wir quasi viele jäger bauen mein ziel ist es in vier fünf tagen um die auch um die 30 jäger zu haben und ich habe so ein bisschen die hoffnung dass die unsere flotte mit den jägern angreifen das glaube ich aber fast nicht weil unsere heeresgruppe hier die hat wirklich sehr starke luftabwehr 315 das ist auf jeden fall ordentlich damit würde man einige bomber vom himmel holen müssen wir einfach mal gucken das ist auch hier überwiegend den ganzen kreuzern geschuldet ich habe auch überlegt ob es vielleicht sinn macht noch ein paar mehr feste ballon zu bauen aber ich denke mal auch so sollte das eigentlich passen also ja es ist ich hoffe einfach mal dass das passt wir werden aber auf jeden fall noch ein paar panzerwagen jetzt mit bauen sodass wir dann in der zweiten armee auch wieder neue luftabwehr hinterher schicken können ich denke auch das ist eine sinnvolle geschichte und sollten wir auf jeden fall auch machen einfach um da dann auch entsprechend gerüstet zu sein jetzt muss man natürlich noch mal gucken dass wir eine fabrik vielleicht finden die noch nicht produziert hier hinten haben wir noch eine fabrik die produziert aber die produziert erst gerade dann können wir hier die artillerie noch mal abbrechen und machen auch hier noch mal ein paar panzerwagen und dann werden wir auch noch mal eine andere fabrik ja dann soll dann produziert du auch nochmal dann panzerwagen sobald der schwere panzer fertig ist und dann müssen wir mal gucken dass wir hier noch eine fabrik irgendwo finden der macht jäger das ist wichtig dann machst du bitte noch mal panzerwagen so und dann haben wir erstmal da gut was mit mit versorgt damit wir dann erstmal ordentlich auf luftabwehr wiederkommen das ist auf jeden fall immer ein sehr wichtiger punkt gerade wenn man gegen so spieler kämpft die auf luftabwehr sitzen oder auf luft überlegenheit sitzen das ist immer schwierig also bombe abzuwehren ist sehr schwierig aber mit größeren armeen ist das eigentlich immer machbar es sorgt zwar für verluste aber ich meine das gute ist dass wir sehr lange sehr viel größer waren als yukatan und dadurch können wir viele verluste ausgleichen können auch ein bisschen verluste einfach mal hinnehmen und würden am ende den krieg trotzdem gewinnen wenn wir mal hier unten gucken hier steht ja zum glück nicht so viel das sollte machbar sein aber insgesamt die armee von yukatan natürlich ziemlich stark wenn man das jetzt hier mal so guckt fast 3000 man also ich sag mal insgesamt ist die armee kleiner von yukatan als das was wir jetzt auf den weg bringen er hat glaube ich ein paar mehr schwere panzer und panzer wenn ich das richtig sehe genau wir sind panzer technisch leicht unterlegen haben aber prinzipiell mit sehr viele kavallerie sehr viele panzerwagen die dann verteidigungstechnisch gut reinhauen können gut für auch verteidigungswert sorgen und wir haben auch eine starke artillerie die dann von der ferne die panzerwagen bekämpfen kann und die panzer und so denke ich mal dass wir es schaffen können und die landung erfolgreich wird wir werden versuchen auf jeden fall hier die karibik relativ verlustarm einzunehmen und das ist das ziel und genau ich denke mal so wird das auch relativ gut funktionieren der plan ist das recht gleichzeitig westägypten mit nigeria zusammen in südamerika einfällt einfach um direkt eine zweite front zu eröffnen dass yukatan hier unten nicht helfen kann dass die oben nicht helfen können und so sollte das eigentlich kein problem sein bolivien ist mittlerweile wieder afk die waren zwischendurch ja noch mal da ich weiß gar nicht ob das in der letzten folge gesagt hatte aber auch da ich denke ich ist das eine recht gute möglichkeit jetzt auszunutzen und ja dass wir die koalition hier im westen dann quasi in amerika bekämpfen und grenzt die b hier im mosmanischen raum in westasien die werden dann wahrscheinlich den zweiten platz bekommen von uns so dass wir dann da und so ein bisschen schon abgesprochen haben ich habe auch mit mosul jetzt mittlerweile nicht angriffspakt und genau ich denke prinzipiell ist das so eine gute möglichkeit und die sterne stehen gut dass wir das hinbekommen ja dann bedanke ich mich an dieser stelle fürs zuschauen wenn euch die folge gefallen hat lasst doch gerne einen daumen nach oben da würde mich sehr sehr freuen ansonsten bis zum nächsten mal tschüss und dann geht's und dann geht's und dann geht's Vielen Dank.